Cygna, ich habe eine Anfrage von der Zeitung. Das D2 hat mir geschrieben. Sie wollen ein Interview. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du narzisstisch sein. Und warum jobbst du dann in einem Café? Weil ich keine Narzisstin bin. Außerdem habe ich einen Freund. Er heißt Thomas. Er ist Künstler. Zurzeit ist er kein besonders guter Freund. Er ist von seiner Karriere besessen. Mir denkt dann nichts anderes. Sehr schön, super. Ist er seine Freundin? Ach so, ist ja interessant. Hat er gar nicht erzählt. Zeig doch mal. Hör auf. Hi, Leute. Vor mir hatte noch niemand diese Krankheit. Ich habe mir die Untersuchungsergebnisse angesehen. Ihr Zustand ist schockiert. Machst du ein Foto von mir? Wofür das denn? Ich würde es gerne posten, damit alle Bescheid wissen. Ich muss dir was sagen. Ich bin nicht einfach so krank geworden. Es war Absicht. Haben die Leute schon nach mir gefragt? Nein, eigentlich nicht. Was ist denn passiert, Cygna? Es ist noch schlimmer geworden. Oh mein Gott, Cygna. Bist du stolz auf mich? Ja, bin ich.